Wird Blende, Operation Umsturz, Verdant, Kostovia, Kostovia, egal, willkommen hier auf meinem Kanal, OP, Glück oder Können, Wind ist Wind und los geht's mit Warzone, werde ich hier auch so geil reißen, so geile Kills machen wie bei Fortnite, äh, nein, nein, auf keinen Fall, Fortnite war wieder mal geil, ich hoffe ihr habt es davor geguckt, 17.30 Uhr, äh, wenn nicht, guckt es euch an, es war episch, ich sag nur, es war episch, mein Gott, nach langer Zeit mal wieder ein episch mit Fortnite, war schon lang, ist schon ein bisschen wieder her, ja, ja, okay, okay, Storch, Storch, nee, da wird jeder runtergehen, nee, 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 ja, hier neben der TV-Station und dem Stadion, genau in der Mitte, kein Problem, genau der richtige Ort, da wird schon keiner runtergehen, bin ich ganz sicher, und was meint ihr, schreibt es in die Kommentare, jetzt, halt schon, nicht vergessen, danke, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wo ist er, wo ist mein Gott, das war das, genau, uah, ich hab ihn, glaub ich, oh geil, guckt mal, der hängt, er hält sich, hey, bro, oh, das war jetzt nicht nett, äh, cool, ich hab den grad noch so bekommen, ich bin zwar am verrecken, hier unten ist irgendwo einer, ich glaub, ich sterbe gleich, egal, wir sehen uns alle wieder, wieso hängt es jedes Mal, bevor ich sterbe, und ich lande wieder da, wo ich grad gestorben bin, vielleicht bringt das Glück, ach du Hölle, wir haben die gleichen dumme Idee, naja, es sollte mir Glück bringen, aber irgendwie, äh, nö, naja, hier bin ich eben gestorben, aber einen Kill konnt ich malen, und mein Gegner, sah auch ganz lustig aus, dann war hier noch eine Kiste, sehr schön, wieso weile ich mich ein bisschen, sehr schön, sehr schön, auf jeden Fall haben wir schon besseren Loot als vorhin, eine Blendgranate, einmal auffüllen, auffüllen, danke, ich hab gedrückt, ach mein Gott, ich hab gedrückt, ach mein Gott, jetzt weit, was ich erinnere mich das, schön, dass hier gar keiner gelandet ist, bei uns direkt jetzt, ah, da, das war's remember, so, hmm riskant sterben oder nicht sterben wir haben die wahl ja machte nein nein so hallo runde nummer drei ja leider schon wieder gut hat mich überlebt ich lande mal ein bisschen weiter außerhalb von der zone hoffe dass ich jetzt hier meine ruhe habe ein bisschen looten kann ohne gleich gekillt zu werden aber komisch ist wirklich immer wieder hier bei diesem super cod bei mir ruckt es und zuckt es bevor ich sterbe ich habe nicht mal die chance zu handeln in dem er nicht verarschen ich habe gerade wirklich keinen bock mehr warzone ist so ein spiel jeder der bei warzone gut ist der kann den cod nur versagen okay besser als gar nichts gucken ob jetzt hier keiner runtergegangen ist dass ich mal sechs minuten hinbekommen auch ins dumm laufen ist weil hier ist es jetzt die runde nummer drei ich bin als verreckt also ich habe auch langsam die schnauze voll eigentlich sagt doch da was dass da jemand ist oder wir haben auch was anderes da ich kann mir selber nicht antworten das ist das problem okay wir kriegen jetzt auf jeden fall mal ein paar minuten game zeit hin tut mir auch leid wenn ich euch total langweil blöde ich höre gerade schüsse aus verschiedenen ecken nicht ganz wo ich bochte nicht ganz wo ich bochte ich glaube ich habe etwas gehört ich glaube nicht dass die tür automatisch offen ist das gas nähert sich dir okay da war ich ne ja von hier kam ich okay ich glaube ich sterbe wir müssen jetzt in die zone mhm ja sorry wenn es jetzt ein spaziergang ist und kein fight aber ich habe gerade eben so oft die schnauze bekommen jedes mal und ich habe gerade die schnauze voll ich will nur warzone abdrehen auf meiner uhr habe ich zehn minuten acht minuten aufnahmezeit die ich gebrauche und ops sagt 20 minuten also 21 ne boah ist geil ne ist viel cutting hier schneiden oh die ist doch besser als meine ne ist das meine opqz keine ahnung ob ich glaube die ist besser ja sieht so ähnlich aus ich weiß nicht wo der gegner ist feind hat eine verbesserte drohne gestartet wir sind ungeschützt ich weiß wirklich nicht wo der feind ist es kann doch nicht sein dass hier keiner ist der einzige bin der so gedacht hat naja zeit haben wir wenigstens für ein video ist auch schön wir nehmen noch mit was wir auf dem weg finden hier die kiste jetzt nichts drin was ich brauche schnell hoch bevor uns jemand killt was meinet du arsch Hab dich, oh endlich mal Egal, das reicht mit dem Video 10 Minuten 28, vielleicht kommt er aus dem Gulag nochmal raus So, egal ob ich gewinne oder nicht Ich rede, falls ich verliere Kommt nämlich jetzt die Up-Mode Und es kann nicht sein, ich mach einen Kill Und wird von hinten erschossen, sehr schön Danke fürs Zusehen, ich wünsche euch einen schönen Tag Guten Morgen, einen noch besseren Abend, ich bin hier mit raus Peace